Ha! Glück auf! Aus gegebenem Anlass möchte ich eine Nachricht an Herrn Kenan Karamann online stellen. Herr Karamann, ich möchte mich in aller Form entschuldigen für einmal dem Spruch, ach der kann doch nichts. Zweimal, ach nö, warum denn der? Einmal, wer ist denn er? Einmal hat Reis eine Wette verloren und noch einmal soll der die Bank warm halten. Kenan, ich entschuldige mich in aller Form für all diese Aussagen. Des Weiteren, äh, nö, 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 zack, nö. Wir hätten es auch gewinnen können. Ich weiß gar nicht, warum die ganzen Honks so sicher waren oder so diese Aussage, ja, spielerisch so viel besser und die Qualität. Hätte uns Salazar das Ding reingemeldet, relativ am Anfang, hätte es noch einen ganz anderen Spielverlauf gegeben. Und da war auch noch eine andere Chance. Also, Ball flach halten. Die haben vielleicht auf dem Papier eine bessere Qualität, die können sie sich aber auch irgendwo hinschieben. Glück auf!